ja wir haben hier einen wunderschönen ort in der wüste gefunden schön schattig und dort ist auch unser auftrag ein abschleppservice wurde verlangt und wir sind da der wüsten adac los geht's sehen kann ich nicht aber ein bisschen gitarre 123 wie gut dass der dac wie gut dass der der adac hilft und irgendwann kommt der gelbe engelmann und schaut dich mit seinen gelben augen und holt seinen gelben adac-kram und dein herz wird warm du musst nicht mit der bahn fahren hier wird dem besitzer gezeigt die mehr auch so freundlich sind seine bescheidende hütte etwas neu zu gestalten es ist nicht ganz im g und jetzt waren die komfu und ein bisschen auf er freut sich auch sehr ja dann sage ich mal danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal mir horche sich